Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wäre eigentlich Tag 9 meines Heilfastens gewesen, aber ich habe heute früh aufgegeben. Der Appetit wurde einfach zu groß. Es war kein Hunger, es war einfach nur die pure Lust irgendwas zu essen. Und heute früh habe ich mir ein paar Datteln und ein paar Cashewkerne gegönnt. Es war richtig lecker gewesen. Es ist zwar ärgerlich, dass ich nur 8 Tage durchgehalten habe, aber ich kann auch stolz darauf sein. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe euch hat dieses kurze Infovideo gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.